Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und mit dabei ist heute Mia. Ich weiß nicht, ob man sie hört, weil bei Tonigaufnahme hat man sie leider nicht gehört, aber wir gucken einfach mal. Und wir machen heute einfach mal wieder, ich kaufe alles, was du zeichnest in Adopt Me. Okay, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ja, Mia kriegt gleich, ich habe die Regeln, Mia kriegt gleich ein bisschen Zeit, um alles zu zeichnen, was sie möchte, was bitte nicht so teuer ist. Und, ähm, und ja, wenn ich, man darf fünf, also Mia kann gleich fünf was machen, also zeichnen. Und wenn ich diese fünf alle rate, kriegt sie natürlich alle fünf. Und wenn ich nur vier rate, nur vier und so. Also, aber ich würde sagen, es geht los. Eine Minute ab. Jetzt. Jetzt hast du eine Minute Zeit. Let's go. Schick einfach. So, sie hat jetzt. Du möchtest ein Fahrrad. Ja, okay. Also, ein, ein und pink. Du möchtest also ein und pink. Ja, alles gut. Ich wollte dich nur, ich wollte dich nur ärgern. Okay, nächste Minute. Ab. Jetzt. Hast du noch, ähm, ja, noch ein Check-up. Du willst ne Katze. Nen, ne Hase. Na, ne Hase. Ach, ein Kuscheltier. Ich dachte, du bist ne richtigen Hasen. Ja, okay. Ja, okay. Ich dachte, du wolltest ne richtigen Hasen. Also, Fetthase. Okay. Nächste Minute. Ab. Jetzt. Ja, du schick ab. Du möchtest, hast du jetzt. Du, ach, du willst dieses Pizza-Float-Ding. Ja, okay. Deine, dein nächstes läuft ab. Jetzt. Dein. Okay. So. Ich hab drei Versuche, um es zu erraten. Ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Du willst das Riesengeschenk. Ja, sag, wenn du was hast. Sag, wenn du was hast. Du willst also ein, einen weißen Ball aus einem Riesengeschenk haben. Nicht. Okay. Dann, ähm, schick ab. Äh, warte, welcher Trank ist das? Also, es ist ein Trank. Ich hab drei Versuche. Bleiltrank? Es gibt so ein, ähm, oben gibt's so ein Flightbank. Der ist aber nicht perma. Also, der ist nur so ein bisschen so. Ich überleg grad. Ich überleg grad. Das ist mein letzter Versuch. In der Mitte. So. Mit was fangen wir an? Okay, ich glaub, ich weiß, mit was wir anfangen. Welche Farbe möchtest du den Hasen haben? Okay, dann komm her, ich schicke die Trade-Anfrage hier. Nee, ich glaub, ich glaub nicht, dass du schaffst. Also, nicht, dass ich die nicht gönne, aber ich glaub nicht, dass du schaffst. Äh, Geschenk haben wir einmal das. Essen haben wir das. Und Fahrzeuge haben wir das. Ich komm mir immer so richtig scheiße vor, wenn ich jemandem irgendwas schenke. Aber ich hab mir dieses Video angeschaut von Leni, oder wie die heißt. Diese lustige Empführung. Das fand ich cool. Bitte. Was hast du bekommen? Ja, du hast dieses Einrad bekommen. Mit positiven Schirm. Ja, okay, es ist aber auch die höchste Chance. Ich habe gar keine Videos. Ich folge nur bei Google. Schau mal in den Chat rein. Die letzten beiden Nachrichten. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ihr seht, ich hab nur noch 663 Bucks. Ich bin traurig. Und ja. Ja. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.